Ja, was ist eigentlich Network Marketing? Kurz erklärt und was ist Network Marketing? Definitiv nicht, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich komme selbst aus dem Network Marketing im siebten Monat. War mein Monatsumsatz 210.000 Euro, das nur mit Facebook, ohne Freunde anzureden. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratis-Kurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, was ist Network Marketing? Kurz erklärt Punkt 1. Network Marketing läuft wie folgt ab. Du hast eine Firma im Direktvertrieb, die eben Produkte anbietet und du bist dort selbstständiger Vertriebspartner. Also du bist dort nicht angestellt, du bekommst dort kein Gehalt, du bist selbstständiger Vertriebspartner. Du bekommst die Produkte, die diese Firma anbietet, zum Einkaufspreis. Das heißt, daraus ergibt sich eine Spanne. 20% bis 40% kommt darauf an, wie viele Umsätze du machst. Aufgrund dieser Spanne kannst du jetzt die Produkte weiterverkaufen. Das ist so der klassische Weg. Du verkaufst das Produkt zum Endkundenpreis und hast hier 20 bis 40% Provision. Es gibt aber auch die Möglichkeit im Network Marketing Vertriebspartner aufzubauen. Das heißt, Menschen, die auch wiederum Kunden haben. Achtung, ist kein Schneeballsystem, wenn das gleich in deinem Kopf ist. Und du hast dort eine sogenannte Differenzprovision. Das bedeutet, als Grundlage im Network Marketing gilt immer der Marketingplan, der Vergütungsplan. Und dort ist genau beschrieben, wie viel Differenz du hast. Das heißt, es zählt nicht, wer zuerst einsteigt, sondern derjenige, der wirklich fleißig ist und so viele Erstlinien, viele direkte Vertriebspartner hat. Ich habe in zwei Jahren über 800 direkte Kunden und Partner aufgebaut und dadurch natürlich einen höheren Verdienst gehabt als der Durchschnitt. Was ist Network Marketing nicht, möchte ich dir auch erklären. Network Marketing ist nicht, seine Freunde zu kontaktieren. Ich möchte, dass wir diese Branche jetzt endlich mal verändern. Vor 30 Jahren hat das begonnen im Network Marketing, dass man uns gesagt hat, man muss die Freunde kontaktieren, man soll sie anrufen. Ich höre immer noch, terminisieren ist wichtig, Top 100 Liste, Namensliste, Flyer austeilen. Liebe Leute, wir sind doch im 21. Jahrhundert. Und das ist genau der Grund, warum Network Marketing noch nicht so weit ist, wie es sein könnte. Und wir haben in den letzten Monaten gesehen, was für einen Aufschwung das Ganze gebracht hat durch Online, weil wir nicht mehr diese Home Partys gemacht haben und viele Sachen auch nicht mehr. Wenn du jetzt, Punkt 3, wenn du jetzt wissen möchtest, wie habe ich genau gearbeitet, wie konnte ich in 30 Tagen 110 Vertriebspartner gewinnen, dann findest du unterhalb meinen Gratis Kurs. Ja, was ist Network Marketing? Das war es, kurzer Gerd. Schön, dass du da bist. Viel Erfolg im Network Marketing. Rock it. Bye, bye.